Urlaubstag in Tschechien mit dem Auto Ein Gedicht von Michael Gerlach vom 17.08.2020 Wer nicht viel laufen will oder kann, macht trotzdem Urlaub dann und wann. Das gilt auch in diesen Corona-Zeiten. Doch bleibe lieber in unseren Breiten. Du brauchst einen Ausflug, nicht mehr warten. Du kannst noch später in deinen Garten. Keiner weiß, ob es morgen noch geht. Vielleicht ist es dann bald schon zu spät. Keiner kann das heute wissen genau. Nicht deine Kinder, nicht dein Mann, nicht deine Frau. Wenn die zweite Welle Corona kommt, werden wir wieder ins Haus dann verbannt? Dort können wir schmoren, bis alles vorbei. Viele hätten dann kaum einen Apfel, kein Ei. Wenn du aber in Tschechien warst, in Quarantäne, eine schöne Erinnerung hast. Grüne böhmische Landschaft, Berg, See und Tal, trägst du sie im Herzen? Keine Pein, keine Qual. Kann dich in dieser Zeit schnell umbringen, wenn Dämonen und Teufel vielleicht mit dir ringen. Trag auch die Menschen in deinem Herzen. Im Bauch nach Bassbier gegen alle Schmerzen. Der Vorteil liegt also klar auf der Hand. Du fährst bald mal wieder ins böhmische Land. Don't drink and drive. In Tschechien sind Null-Pro-Mille-Gesetz. Das ist ein Bedeutung. 05-Mille-Gesetz. 05-Mille-Gesetz. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018